Warum habe ich eigentlich nur noch 46 Pfeile? Ich habe doch niemals... Hey, hatte ich nicht letzte Folge noch 100 oder so beim Kampf? Wow, Garnon hat glaube ich echt ganz schön viele Pfeile gezogen, ey. Vor allen Dingen letzte Folge, ich meine natürlich letzte Aufnahme. Ähm, dann sage ich mal, ich schaue hier noch an, das war dumm, dafür das Beste schwer zu nehmen. Egal, ist eh schon angenutzt. Hält glaube ich auch länger. Ähm, die Dinger halten nämlich nicht alle gleich lang, die Schwerter. Habe ich gemerkt und gelesen. So, ähm, ich quatsche jetzt mal über den Ladebildschirm, weil da kann ich euch auch ein bisschen was zeigen. Und zwar, weil wir den Titanen besiegt haben, ist da rechts jetzt so ein Elefant, der da immer ein bisschen von rechts nach links hüpft. Nächster Plan ist übrigens jetzt die 5 Spurtkröten abzugeben. Ja, ich kann mal auch die Tipps weiterblättern. Yay. Ähm. Okay. Ähm, ich wollte noch irgendwas tun. Also, Spurtkröten haben wir ja jetzt. Das heißt, ich könnte... Hm, ich habe gerade sowas wie einen Schluck auf. Äh, fragt mich jetzt nicht genau, was das bedeuten soll. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Äh, wo ist denn jetzt hier... So ganz logisch sortiert... Ist das für mich... Ups. Ist das für mich auch nicht hier. Wo habe ich denn jetzt mein OP-Schwert rumliegen? Ah, okay. Habe es übersehen. Ritter Zweihänder. Ja. Ja. Oh, da werden wir schon über neue Gebiete gespoilert. Großes Vorkommen. Gerudo-Wüste und Tabanta-Grenzland. Jetzt mal Tabanta. 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 Ähm, wenn das nächste Objekt dieser Art übrigens ganz weit weg ist, dann schlägt der Sensor in keine Richtung aus. Das sollte ich noch dazu erwähnen. Also, hier ist scheinbar gerade kein so ein tolles Schwer in der Nähe. Hm, ich kann es natürlich noch gucken, ob ich irgendwo Quests finde. Ah, du hast die Kröten gesucht, nicht wahr? Ja, dann komm mal her. Was ist, Onkel? Ich bin beschäftigt. Hier, die Kröten. Was? Wirklich? Oh, hey. Diese großen Augen. Wollen wir mal zählen. Do, re, mi, fa, soli, du. Echt jetzt? Wieso singst du eine Tonleiter? Oh, du hast wirklich fünf Stück für mich gefangen. Was ist das eigentlich? Eine singt Rammstein, eine andere singt einen Tonleiter. Was ist mit euch, Loos? Ach, Mensch. Dann gebe ich dir das hier als Belohnung. Rüstgras. Haben wir sowas schon mal gefunden? Eine robuste Heilpflanze, die angeblich nicht abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexiblen Faser erhöhen die Abwehrwände. Ah, da können wir uns quasi Abwehrsteigerungs-Tränke draus machen. Das nennt man anscheinend Rüstgras. Ich habe es gepflückt, weil das so selten ist. Aber eigentlich kann ich gar nichts damit anfangen. Du kannst es haben. Kann ich es auf den Boden werfen, um es zu fotografieren, damit ich es irgendwann farmen kann? Ah, übrigens frischer Vorschlägen geschafft. Tasche, Rüstgras. In die Hand. Ablegen. Fotografieren. Ja, wir hatten es tatsächlich noch nicht. Oder aber ich habe verpeilt, es zu fotografieren. So, Abwehrsteigerndes Zeug farmen zu können ist nichts Schlechtes, würde ich sagen. Da wir jetzt 0 Leuchtsteine haben. Ich habe nämlich irgendwo gesehen, dass hier drin eingezeigt wird, Leuchtsteine mal 0. Aber scheinbar nicht. Genauso wenig werden Kröten mal 0 eingezeigt. Offenbar. Nun. Dann gucke ich mal, gibt es hier noch irgendwie eine Quest? Nö. Nö. Irgendwie meinte ja auch einer von denen hier, dass einer eigentlich ein Fest vorbereiten muss, aber es nicht tut. Eventuell nicht tut. Boah, was ist das eigentlich gerade für eine ruckelige Framerate? Das liegt nicht an der Aufnahme und auch nicht an eurem Video. Dento, warst du das? Aber er hat kein Quest-Symbol. Er könnte immer noch irgendwas für einen Schrein haben. Ich werde es mal nicht vorlesen. Ah, er kann eine neue davon anfertigen, wenn sie kaputt geht. Warte mal. Zeremonien landen. Nein. Ich hatte einen Disconnect. Ich habe nur einmal nach unten gedrückt. Scheint es jetzt nur... Was? Loll. Hä? Egal. Habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Ähm, ich glaube, da Lichtschuppen-Lanze ein... Was geht mit den Shadern hier gerade ab? Wieso wandert der Schatten so unglaublich schnell? Ich glaube, weil, ähm, die Lichtschuppen-Lanze ein einmaliges Objekt ist, kann man es halt lo... Egal. Kann man es logischerweise nicht wiederbekommen, aber man kann als Ersatz wahrscheinlich die Zeremonien-Lanze bekommen oder so. Und wow, wow, wie krass das ausschaut. Wow. Jetzt hat man halt die Fernsicht. Wisst ihr, vorher nicht, weil, äh, und so. Ne, weil, ähm... Es sah sehr milchig, war alles. Man sieht an, da unten ist... Ist das auch noch ein Weg da hinten? Ich meine, das da... Ist irgendwas, warte, ich geh da mal hin. Ähm, wobei, ich soll... Ich sollte mich vielleicht erst mal auf Quests konzentrieren. Ah, dadadada, Gedenksteine. Wo führt mich die Quests eigentlich hin? Hierhin? Okay, es zeigt mir logischerweise nicht an, wo die ganzen Gedenksteine sind. Das wäre wahrscheinlich in Skyrim eher der Fall. Davongetrieben. Das zeigt mir auch nur den Auftraggeber. Okay. Ähm... Solltest du die Dua suchen? Enox, also beim Rallis... Irgendwas war doch an den Seelafällen. Irgendwas war an den Seelafällen. Ich glaube... Ich glaube, die Dame hier war an den Seelafällen. Ähm... Das wäre nämlich gleich hier. Oh, ähm... Ich hab hier Muso gefunden auf dem Weg zu den Seelafällen. Wie es scheint, habe ich die Solidarität... Oh, falsche Stimme. Wie es scheint, habe ich die Solidarität von euch, Juliane, unter der Schätztlinge. Ich hätte nie gedacht, dass jemand von eurer Zorte so ganz ohne Flossen oder Kiemen den Titanen aufhält. Ha! Aber im Grunde weist nicht an, dass zu warten von jemandem... Äh, von demjenigen, dem Mipha ihr Herz geschenkt hat. Ich hoffe, du kannst deinem Türricht einen alten Dickkopf wie mir verzeihen. Ja, ja, Muso. Ist... Ist okay, ja. Du bist halt ein Rassist und magst Juliane nicht. Aber es ist schön, dass du daraus gelernt hast. Ja, ich verzeihe dir. Ähm... Ja, was heißt Rassist? Er hatte halt immer was gegen Heliane und... Naja, vielleicht wurde er auch irgendwie so erzogen. Man weiß es ja nicht, ja. Ähm... Es war zu dumm, dass ich erst auf den Vogel zugerannt bin und dann auf die Idee kam, den zu fotografieren. Das hätte andersrum passieren müssen. Äh, Moment, ich setze mich kurz noch hin. Okay. Ähm... Da hinten... Warte mal. Doch, da gibt's so einen Seelafelsenmütter. Ah, wir sind unter einem Hang. Ich war nur wegen der Karte unten rechts gerade ein bisschen verwirrt. W, es ist jetzt nichts an den Seelafellen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Oh. Hier ist ein Schrein. Also, irgendwie ist hier ein Schrein. Hat uns das Kind das Rätsel vom Schrein erzählt hat? Ist das nicht das gleiche Kind, dass das die Mutter verloren hat? Ähm... Warte... Vom Himmel... Die Lichtschuppe fällt. Zu den Füßen von Sela aufgestellt. Glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Ähm... Was Besseres fällt mir gerade auch nicht ein. Wieso legst du die denn da hin, Mann? Nein? Oh, ich will die nicht benutzen. Ähm... Okay, pass auf. Jetzt... Okay, ich speichere vorher. Ich habe eh zu Beginn der Aufnahme nicht gespeichert, was ein kleiner Fail ist, aber naja. Glaube ich zumindest. Wie auch immer. Okay. Ich will die halt nicht benutzen. Wenn ich hier aufsteige, komme ich da hin. Da hinten hat irgendwas geglitzert. Und das da hinten sieht aus wie Gras, das ich niedermähen kann. Ah, hier wurde Gras. Okay. Das sieht aus wie die klassischen Büsse aus Zelda. Das ist lustig. Das ganze Spiel hat überall Gras in der Gegend. Und das ist das erste, was ich sehe in Folge... Irgendwas um die 50 rum. Was aussieht wie klassisches Gras. In Zelda. Ähm... Ich muss mir nochmal das Rätsel anhören.